Hallo, hier ist der Martin von Manimankies, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 9.10.2020 und unser DAX hat es geschafft, er hat es geschafft, es ist so gefühlt in Slowmotion gewesen und es war langsam, es war glitschig und es war auch nicht wirklich spaßig mit anzuschauen, aber er hat es geschafft, er ist raus, er ist drüber, er ist auf dem anderen Stein angekommen und mit anderen Steinen können wir hier sagen, der Abwärtstrend ist gebrochen, das heißt der DAX hat die Abwärtstrend-Linie hier überwunden. Demzufolge wäre jetzt der Wechsel in einen Aufwärtstrend, den er ja temporär hier unten schon angefangen hat, möglich, das Rausstechen aus diesem Abwärtstrend, das Reinstechen in den Aufwärtstrend, um sich nach oben raus jetzt erstmal, ich sag mal, durchaus unbegrenzte Möglichkeiten zu öffnen. Das muss man ganz klar sagen, denn es ist der letzte Abwärtstrend vom letzten Tief gewesen, das heißt wir haben keinen anderen Abwärtstrend, der mehr aktiv ist, es sind alle Abwärtstrends jetzt zerstört, zumindestens in Bezug auf die Nach-Corona-Hochs. Also alles, was vom letzten Nach-Corona-Hoch nach unten ging, ist hiermit durch. Das heißt, unser DAX hat jetzt perspektivisch natürlich die Möglichkeiten, sich oben raus zu verwandeln. Aber er hat nach wie vor einen Stock im Hindern, also man kann das ja gar nicht anders sagen, das ist ja schon fast Folter, was er macht halt, wie er hier so rumeiert. Und ich weiß es nicht, aber dass der sich so nah an dieser Channelkante noch hält, ich finde das verdächtig. Mich würde das sogar fast gar nicht wundern, wenn wir per Abwärtsgap unterm Channel wieder eröffnen, einfach weil er Lust zu hat. Also ich muss da doll aufpassen, dass ich Ihnen jetzt nicht zu schlecht rede, weil ich habe auch gesagt, ich würde mir vorstellen können, dass er nicht einmal diese Channelkante überwunden bekommt zum Donnerstag. Er hat seine Donnerstagsriegel verweigert, die ihm durchaus unten raus mehr Platz gegeben hätte, die komplett verweigert und ist oben absolut stabil geblieben. Es hatte keiner verkauft, halt einfach. Es wurde nicht viel gekauft, aber es hat auch keiner verkauft. Oder nur so punktuell, dass die, die die gekauft haben, das dann wieder relativ schnell ausgeglichen haben. So, damit sind wir nur in der Situation, der DAX ist raus. Sie sehen es schon, wir haben jetzt hier noch einen Rücksetzer eingeplant. Gesund wäre es allerdings nicht, das ist die erste Bewegungswelle. Die nächste müsste eigentlich größer werden. Ziele wären dann jetzt hier noch so um die 13,150 bis 13,180 zu suchen. Escape ist auch nicht ganz geschlossen worden. Da war der Schluss hier tatsächlich bei 13,1,8,10. Ich habe immer schon 13,1,10 genommen, weil ich mir dachte, der dreht bestimmt ein paar Punkte eher. Jetzt ist er sogar noch vor meiner 13,1,10 gedreht. Dieser kleine Idiot. 13,103. Dachte wahrscheinlich, wenn ich denke, ich kann ihn verarschen, dann kann er mich auch verarschen. Weiß ich nicht, was er sich gedacht hat. Auf jeden Fall ist das noch offen. Das könnt ihr nochmal sauber zumachen. Dazu könnt ihr nochmal an die 13,1,10 stechen. Und damit hätten wir auf jeden Fall zum Freitag jetzt mehrere Gründe nach oben als nach unten. Denn der Trend ist gebrochen. Oben sind noch Ziele. Ausbruch ist aktiv. Es gibt wenige Verkäufer. Und im Chat haben wir jetzt auch schon sowas gelesen, wie von wegen, dass man hat das Gefühl, das wäre jetzt das letzte Hoch für diesen Monat gewesen. Wenn ich sowas lese, das ist immer wie, der DAX muss jetzt fallen. Oder der DAX muss jetzt steigen. Wenn sowas geschrieben wird, ist das häufigst, so wirklich in 99,9% der Fälle, kontraindikativ zu werden, weil das so Bauchgefühlentscheidungen sind. Und instinktiv ist es ja nun so, alles das, was unser Bauchgefühl sagt, ist in der Regel, wird gegen uns verwendet. Ja, an der Börse. Das heißt, der Markt macht den ganzen Tag nichts anderes, wie uns das Geld aus der Tasche zu ziehen, wenn wir den ganzen Tag nach Bauchentscheidungen agieren. Ja, und deswegen schaue ich auf sowas immer. Und wenn die Leute sagen, na, das war das letzte Hoch und so weiter, kommen in der Regel eigentlich immer noch mal welche. Ja, und deswegen müssen wir uns die Bedeutung dieser Situation ein bisschen vor Augen reden, denn es ist der Abwärtstrendbruch. Das ist nicht so markant und man merkt es auch nicht, weil der DAX nicht so viel Bewegung macht. Das Problem ist nur, dass der DAX natürlich jetzt in jedem Moment, wo er weiter hoch geht, an Beschleunigung zunehmen wird. So, und Ausbruchskerzen, Ausbruchskerzen sehen ja nicht so aus, wie die, die wir jetzt haben. Eine Ausbruchskerze sieht ja normalerweise so aus. Das sind normalerweise Ausbruchskerzen. So, zack, zack, Stift dran, eine Kerze. Zack, 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 zack. So, dann eint er hier irgendwie zur Seite rum und dann macht er wieder zack, 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 zack. Das sind Ausbruchskerzen. Solche Kerzen wie das hier, weil das sind trendbestimmende Kerzen. Wenn ein Ausbruch kommt, wird ein neuer Trend gesetzt. So trendbestimmende Kerzen sind immer besonders groß. Auch sowas wie, gucken Sie, was wir hier alles haben. Solche Kerzen, die geben immer Ton an. Die langen, schönen, großen Kerzen, das sind die, die die Musik angeben im Kunstwerk. So, und wenn Sie da mal alleine gucken, wie hier so eine Kerzen aussehen, wie groß die sind halt, ne? Wenn Sie diese, diese, diese Höhe dieser Kerzen nehmen und die einfach mal hier hinsetzen, das ist jetzt nicht übernatürlich, was ich gezeichnet habe. Das ist genau die gleiche Spanne wie hier oder wie, gucken Sie sich so eine Dinger an halt, ne? Ähm, dann müsste der DAX sogar noch höher. Also, was ich sagen will, ist, man muss aufpassen, dass man den DAX oben jetzt nicht unterschätzt. Das ist ein Abwärtstrendbruch. Das müssen wir uns bewusst machen. Und solange der DAX nicht in seinen Abwärtstrend zurückfällt und anfängt, dynamisch zu fallen, also in die rote Kiste hier, wenn er hier reinfällt und er macht lange dynamische Kerzen nach unten, wäre das sogar ein Zeichen für den Fehlausbruch hier oben und für eine Abwärtstrendfortsetzung. Aber das muss erst kommen. Und solange das nicht kommt, Freunde, heißt es im Zweifel für den Angeklagten und das geht nach oben. So wie die Route hier die ganze Zeit schon nach oben zeigt. Und er ist Stück für Stück auch total idiotisch und man kaum irgendwie brauchbar den mitgehandelt bekommt, ne, weil es einfach durstlich ist, wie er steigt, aber er steigt. Und er steigt dann auch weiter. Und irgendwann fängt er an, hinten raus Tempo aufzubauen. Ja, und deswegen sollte man schon aufpassen, wie der Freund sich jetzt hier die nächsten Tage verhält. Also wir haben unten im Bereich um 69 jetzt hier auf jeden Fall eine super Unterstützung. Da war ja auch das letzte, das ist das Tief gewesen quasi vom, vom Donnerstag, dort hat er das Tief drauf gesetzt. Ähm, das sind die letzten Hochs gewesen hier. Ich hätte vielleicht gedacht, er macht trotzdem das Gap zu. Ähm, um 12,9, ähm, 12,9, 47 liegt das. Ja, äh, könnte er in dem Zusammenhang auch natürlich noch machen. Ne, also so ein kleiner Ditch auf 12,69, 12,59 wäre jetzt nicht dramatisch. Ich würde aber durchaus dann schon anfangen, so, ich sag mal, mit einem Unterbieten von 13,35 würde das anfangen. Ja, unter 13,35 hätte er dann Chance auf 13,000, unter 13,000 auf 12,69. So, das ist nicht viel, das schafft er eine Stundenkerze, wenn er sich Mühe gibt. Ne, das kann er ja sogar vielleicht Freitag früh erledigen. Wenn er dann aber wieder auftritt, Freunde, und wenn er dann natürlich schöne, kräftige, grüne Kerzen macht, eigentlich, wenn er das macht, was er die ganze Zeit immer wieder gemacht hat, ne, runterstechen und dann einfach nicht weiterfallen, sondern schön wieder hochkleckern. Dann muss man echt aufpassen, weil mit jedem neuen Hoch, was wir jetzt über diesem Hoch kriegen, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass der DAX nach oben anfängt, irgendwann zu eskalieren. So, die 13,150 ist noch so ein Punkt, wo ich sagen würde, bis dahin würde ich mir das vielleicht noch angucken. Da würde ich noch aufpassen. Aber alles, was hier oben darüber passiert, muss man versuchen, irgendwie die Punkte noch lang zu nutzen. Weil der wird im Zweifel einfach immer schneller dann halt, ne. Und wenn der Bock bekommt und er macht hier noch Pullback an die Kanne, dann steht er bei 13,800. So, dann steht er am Allzeithoch, bestenfalls vielleicht sogar in ein paar Tagen. Und dann haben sie vielleicht nur Shortgegenstand, ne. Da muss man, da muss man dolle aufpassen jetzt hier. Das ist eine wichtige Situation. Man sollte nicht zu früh reagieren, man sollte auch nicht zu früh agieren und noch nicht zu viel hineininterpretieren und unterstellen, was man noch nicht sieht. Man sieht zum Beispiel momentan absolut keine Ausbruchsbemühungen. Der probiert es gar nicht erst, der verweigert das. Aber das kann kommen. Ja, und das ist der Fakt. Das heißt, solange der hier draußen bleibt, ist dieses Gedümpel. Da müssen sie aufpassen, dass sie sich nicht hinstellen und dem Schwäche unterstellen. Weil das wird er gegen sie auslegen und wird dann hinten raus aufbeschleunigen, ne. Schwäche kann man gerne traden und unterstellen in dem Moment, wo er wieder zurückkippt und wo er nach unten wieder Kraft draufbringt auf den Gaul hier halt. Nein, in dem Moment, wo er lange rote Kerzen hier unten rausstellt und insbesondere wieder unter der 13,30 abtaucht. So, das heißt, wir fokussieren uns jetzt erstmal hier auf die Rücklaufmarken. Alles, was drunter geht, können wir jetzt auch hochziehen. Alles, was unter des Dings geht, das ist jetzt schon short zu werten. Ja, also alles, was jetzt hier unter, ich sag mal, 12,49, 12,30 abläuft, das dann schon short zu werten Richtung 12.800. Ja, die wäre dann auch nochmal eine interessante Marke. Aber das ist wie am Vortag, ne. Die Short Trigger, die sollte man mit hochziehen. Kann man dann auch als Stop-Loss für Long-Versucher mitnehmen natürlich. Aber alles, was draußen passiert und alles, was jetzt grün nach oben geht, das wäre jetzt in einem Aufwärtstrend eine Aufwärtstrendbestätigung. Und dann darf man sogar auch auf grüne Kerzen einfach mal einen Long reinlegen und den Stop-Loss unter die grüne Kerze. So, was funktioniert im Aufwärtstrend genauso gut, wie es im Abwärtstrend in die andere Richtung funktioniert. So, da wir aber die Möglichkeit haben, hier in eine Trendbewegung reinzugehen, sollte man sich das bewusst machen. Und darum geht es. Das bewusst machen ist das Wichtige. Damit sie nicht so handeln vielleicht, wie sie das in den letzten Tagen gehandelt haben, eben weil die Möglichkeit besteht, dass wir insbesondere oberhalb von 13.1.50 Gefahr laufen, Trendwechsel zu, also wirklich in einen schönen Trend reinzulaufen. Und der kann sie nackig lutschen. Also der kann wirklich hinten raus Tempo aufbauen. So, und wenn sie dazu zeitlich dagegen stehen, das wollen sie nicht. Das wollen sie nicht. Ja, gut. Okay, das heißt, das heißt, wir haben eigentlich hier alles besprochen. Ich würde die Optionsscheine jetzt anpassen wollen. Wir greifen wieder auf einen alten Bekannten zurück. Warten Sie mal kurz. Und zwar würde ich für neue Long-Positionen, mit denen ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, an der Ausbruchsbewegung zu partizipieren, würde ich mit dem hier arbeiten. Ja, einfach der andere, den wir vorher haben, mit K.O. 112.000 Sätze baut, zu wenig Druck auf hier oben halt. Also da hat man nicht viel Spaß, wenn man hier bloß kleinere Strecken insbesondere mitnimmt. Sie sollen ja nicht immer versuchen, so lange zu handeln. Das klappt halt seltener. Es ist besser, wenn man einfach immer versucht, diese kleinen Teilstrecken zu realisieren, dann auch immer mal wieder rausgeht an einem Zwischenziel, wartet, bis ein schöner Rücklauf kommt, dann nochmal probiert und so weiter. Dafür würde ich persönlich dann eher den hier nehmen, mit K.O. hier einfach unter dem letzten Tief. Ja, das ist für mich aber ganz klar ein K.O.-Schein, mit dem ich nur agieren würde, solange der DAX hier im weißen Bereich arbeitet. Das ist für mich ein K.O.-Schein, den ich immer wieder auflösen würde, sobald der Markt per Stunden schlussnachhaltig hier wieder in diesen roten Kasten einfach reinfällt. Weil in dem Moment, wo er in den roten Kasten hier reinfällt, dann ist er wieder in unseren Abwärtstrennen, dann hält auch das hier nicht, wenn er das nächste Mal hier durchgeht, weil wir haben bei 4,70 noch ein offenes Gap, aber ich kann ihm, das ist dann egal, was ich ihm dann gebe. Selbst wenn ich ihn K.O. 4,60, wenn ich ihn K.O. 400 oder 2,70 gebe, alles dann egal halt. Wenn der hier drinnen wieder zurückfällt und der kippt hier unten raus, dann ist das nicht safe hier unten halt, weil dann wäre der Abwärtstrend wieder aktiv und dann im Abwärtstrend heißt tiefere Hochs und tiefere Tiefs. So, tiefere Hochs werden hier noch gegeben, das ist hoch, das ist hoch, das ist hoch, das ist hoch. Das heißt, es ist noch ein tieferes Hoch und tieferes Tiefwürde, dann bedeuten, er geht unter die Tiefs wieder drunter, wenn er den Abwärtstrend fortsetzt. Das heißt, das macht dann keinen Sinn. Das heißt, ich würde mit dem Longschein hier nicht im Trend drin arbeiten wollen, dafür würde ich dann wieder den anderen nehmen, wenn der Markt zurückfällt, stand jetzt ist es aber nicht so und es sieht erstmal nach einem Ausbruch aus, dafür würde ich das eben rüsten wollen und hier oben. Das mit dem Shortprodukt genau auf der anderen Seite dann. Wir haben immer wieder gesagt, wir haben hier bei 2,60 den K.O. Wir haben aber auch gesagt, das ist nichts für einen Ausbruch dann mehr hier, weil das wird einfach zu heikel dann, das wird zu tricky. Wir haben hier bei 1,50, 1,90 noch und das wird einfach zu knapp da oben. Den würde ich jetzt nicht mehr nehmen wollen, deswegen würde ich wieder zurückgreifen auf einen, den wir oben dann über die 6,10 liegen, einfach weil dort der Gap Close bei 5,70 noch ausstehend ist. Das fände ich ganz passend und würde dann eher mit dem arbeiten, in dem Moment, wo der Black zum Beispiel jetzt auch vielleicht abdreht und wieder reinkippt. Man kann dann zwar auch noch diesen 2,90 nehmen, aber das ist halt einfach echt zu hoher Hebel dann jetzt. Das wäre jetzt, es wäre in meinen Augen jetzt nichts mehr für jemanden, der hier nicht weiß, was er tut halt. Deswegen wären das die Scheine, mit denen ich mich jetzt beschäftigen würde, wenn ich hier eben oberhalb den Long suche oder unterhalb im Zurücklauf Shortposition. Ansonsten haben wir hier jetzt alles besprochen, die Marken sind soweit klar, im Tagesschart können wir noch ganz kurz gucken, es sieht aber ganz gut aus, es ist jetzt weiter hochgelaufen, hat jetzt die Linie angetippt, hier die Pullback, die Keillinie hier einmal kurz drangeschlagen, aber auch hier ist es jetzt, wenn er sich jetzt nicht wegstößt, wenn er sich wegstößt, wäre das ganz nett, dann kann er sich nach unten gut Potenzial entfalten, für den nächsten Tag, für den Freitag vielleicht sogar bloß eine 12.75, 12.975, für den nächsten Tag dann, für den Montag vielleicht dann eine 12.800, aber dafür muss er erstmal umkehren. Und kehrt er nicht um und geht hier wieder in den Keil zurück, dann wäre hier obere Kante sogar Keilziel und das ist immer bei 5.70 wieder. Also selbst das obere Bollinger Band hier, das liegt bei 12.330, also da muss man schon aufpassen, wenn der jetzt hier in den Keil wieder reinsteigt, das wäre so ein bisschen Mittelfinger Richtung Bärenmarkt halt, also das ist halt ein Konter. So und wenn er jetzt hier noch wegdreht, okay, gerne, darf man machen, aber das will ich erst sehen. Und das sollte man auch abwarten halt, die paar Punkte, die kann man sich nur da auch noch klemmen. Und dann kann man hier unterhalb dann eben wieder Shortprodukte suchen. Ja, soweit meine Sicht, soweit mein Blick, ist ja auf der Route geblieben, so viel brauchen wir gar nicht besprechen. Sollte jetzt niemanden überrascht haben, was er getan hat, ist letztendlich einfach nur an unserer Linie langgestiegen. Das sollte jetzt niemanden aus dem Konzept oder vom Hocker geworfen haben. Gehen Sie mir aber mit dem nötigen Respekt, mit dem Abwärtstrendbruch um halt. Also das ist einfach wichtig, denn alle Bewegungen im DAX, die 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Punkte am Stück nach oben gegangen sind, sind immer aus einem Abwärtstrendbruch heraus entstanden. Das heißt, hier kann ein Abwärtstrend entstehen. Das darf man nicht ignorieren, das darf man nicht unterschätzen. Ich finde, der macht es bis jetzt nicht gut, das sieht nicht nach Ausbruch aus, aber das ist egal. Wenn der das nur lange genug hingezogen kriegt und sich Stück für Stück weiter hochschiebt, dann kommen irgendwann diese Ausbruchskassen, die kommen von ganz alleine, weil dann nämlich die Shorts alle richtig unter Stress geraten da oben. Und die müssen irgendwann raus. Und das Push den macht unheimlich dann halt. Das zieht ihn dann von Fresschen zu Fresschen. Ja, also da entsprechend ein bisschen sorgfältig sein und aufpassen. Ich habe für mich so noch so ein bisschen diese 13.150. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass wir Freitag vielleicht sogar da oben eröffnen, irgendwie. Wenn er jetzt nicht hier unten reingebt, dass er bestimmt vielleicht sogar um 13.100 eröffnet. Nochmal die 13.150 anschlägt und dann nochmal auf den Dings hier zurückkommt. Und dann muss die neue Woche entscheiden. Hopputter top. Ob ich so gefühlvoll und träge und schleimig, wie der diesen Ausbruch gemacht hat, glaube ich, dass uns das noch ein bisschen beschäftigen kann. Also auch zeitlich noch ein bisschen beschäftigen kann. Ja. Gut, Freunde. Das soll es soweit sein. Dann wünsche ich gutes Gelingen. Maximal Erfolg zum Freitag. Und allen, die mich nicht nochmal hören, schon mal ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann zum Sonntagabend wieder. Bis dahin. Tschüss.